Man hört immer wieder, dass Leute durch Klarträume körperliche Krankheiten oder Verletzungen heilen konnten. Laut Forschung ist da sogar etwas dran. Aber wie weit geht das? Welche Heilungsanwendungen wurden schon erforscht? Und wie geht man am besten vor, um solche Heilungsträume zu bekommen? All das werde ich heute mit euch besprechen. Und damit willkommen zum Traumbewusstsein. Bereits in antiken Kulturen wurde den Träumen Heilungsfähigkeiten zugeschrieben. Im antiken Griechenland zum Beispiel pilgerten Menschen zu Tempeln, um dort von Gottheiten in ihren Träumen besucht zu werden und Diagnosen oder sogar eine direkte Heilung zu erhalten. Als in den 1980er Jahren die Klartraumforschung Fahrt aufnahm, berichteten Pioniere wie Paul Tolai, Stephen Laberge, Jane Gackenbach, Ed Kolek oder Patricia Garfield von Personen, die Heilung durch Klarträume erlebt haben sollen. Gackenbach veröffentlichte zum Beispiel 1987 den Artikel The Potential of Lucid Dreaming for Bodyly Healing, in dem die Interviewten berichteten, Menstruationskrämpfe, Migräne, Ausschläge, Verstauchungen, Zerrungen, Bänderrisse oder sogar Hautkrebs durch Heilungsklarträume behandelt zu haben. Andrew Brilowski berichtete 1987 unter dem Titel Potential Effects of Lucid Dreaming on Immunicompetence, dass er in seinem Selbstversuch durch einen Heilungsklartraum eine Blutung stoppen konnte und dabei seine Immunwerte im Blut angestiegen wären. Solche Berichte, von denen es mittlerweile sehr viele gibt, sind natürlich nach wie vor Anekdoten und Laberge gab in seinem Klassiker Exploring the World of Lucid Dreaming von 1990 bereits zu, dass die Heilung in solchen Fällen auch durch ganz andere Ursachen geschehen sein kann und der Klartraum nichts damit zu tun haben könnte. Was fehlt, sind kontrollierte Studien. Das heißt Studien, die mit einer Experimental- und einer Vergleichsgruppe arbeiten. Allerdings gibt es durchaus Berechtigung davon auszugehen, dass zumindest manche von den berichteten körperlichen Heilungen tatsächlich durch Klarträume stattfanden. Denn es ist schon länger bekannt und auch schon ausführlicher erforscht, dass mentale Techniken wie zum Beispiel Hypnose sich stark auf die Gesundheit auswirken können. Laberge sprach daher von einem sehr großen Potenzial für die Forschung, weil Klarträume noch realistischer als Hypnose-Träume sind und daher stärker wirken könnten. Was hat sich also seitdem in der Forschung getan? Leider nicht so viel, wie es sich einige erhofft haben, da für körperliche Erkrankungen bisher meines Wissens nach keine klinischen Klarträumstudien durchgeführt wurden. Vielleicht fehlt es an der Finanzierung und dem öffentlichen Interesse. Vielleicht ist es auch eine zu große Hürde, Leuten erstmal das Klarträumen beizubringen, vor allem wenn sie gerade krank sind und ihr Schlafrhythmus zum Beispiel auch schlecht ist. Aber es gibt zumindest ein paar neuere Studien mit zwar schwacher Aussagekraft, die jedoch Hoffnung wecken. Die größte Aussagekraft bisheriger Studien geht in die Richtung, dass Heilungsklarträume chronische Schmerzen lindern können. So gab es 2014 eine Case Study von Mauro Zabaterra und KollegInnen mit dem Titel Chronic Pain Resolution After a Lucid Dream – A Case for Neuroplasticity. Hier berichteten sie von einer Person, die jahrzehntelange chronische Schmerzen nach einem einzigen Heilungsklartraum aufgelöst haben soll. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass diese zeitgleich ihre Opioide abgesetzt hat und es Anzeichen für einen epileptischen Anfall während des Klartraums gab. Ob oder inwieweit also der Klartraum ursächlich für die Verbesserung der Schmerzen war, ist nicht sicher. In eine ganz andere Richtung geht eine Studie von Michal Raduga aus dem Jahr 2020 mit dem Titel Achieving Pain During Lucid Dreams and Transferring It into Wakefulness. Hier wurden also ProbandInnen in einem Online-Experiment dazu angehalten, im Klartraum auf eine feste Oberfläche zu schlagen und so Schmerz zu erzeugen. Danach sollten sie sich aufwecken und prüfen, ob der Schmerz auch im Wachleben noch anhielt. Etwa 100 Personen hatten im Klartraum Erfolg. Und etwa ein Viertel davon spürte auch im Wachleben noch Schmerzen. Und dann gibt es mittlerweile vermehrt Studien, die belegen, dass Hypnose und Selbsthypnose chronischen Schmerz erfolgreich lindern können und darin teilweise auch Entspannungsübungen überlegen sind. Beispiele und eine Metastudie dazu verlinke ich in der Beschreibung. Wenn Hypnose wirkt, ist es naheliegend, dass Heilungsträume auch wirken dürften. Einen ersten Schritt in Richtung systematischer Untersuchung zu Schmerzlinderung durch Klarträume versuchte Elliot Gisch in seiner Dissertation von 2020 mit dem Titel A Mixed Method Exploratory Study of Lucid Dreaming for Chronic Pain Relief. Hier wurden 10 Personen interviewt, die über vergangene Schmerzheilung durch Klarträume berichteten. Diesen Interviews zufolge berichteten 9 Personen von einer Besserung ihres Schmerzlevels nach ihrem Heilungsklartraum. Meistens hielt diese Besserung einige Stunden bis Tage an. Bei 2 Personen war die Wirkung angeblich dauerhaft. Inhaltlich erlebt einige eine direkte Heilung im Klartraum und wenige auch Empfehlungen fürs Wachleben. Die Träumenden erfuhren oft zum Beispiel durch das Auflegen von heilenden Händen ein verändertes Traumkörpergefühl, das sich auch auf den Wachkörper ausgewirkt haben soll. Es gibt Gisch zufolge Hinweise darauf, dass die Wirkung vor allem dann langanhaltend war, wenn es sich um psychosomatische Ursachen handelte. Bei reinen körperlichen Verletzungen war die Schmerzlinderung meistens kürzer. Außerdem hoben die Teilnehmer auch die Wichtigkeit der Traumkontrolle für einen Heilungseffekt hervor. Leider ist so eine retrospektive Berichterstattung, also im Nachhinein, natürlich sehr fehleranfällig. Die Personen erinnerten sich zum Beispiel nicht mehr daran, welche sonstigen Maßnahmen sie im Wachleben zur Schmerzlinderung bzw. zur Heilung durchführten. Außerdem ist die Stichprobe nicht repräsentativ. Wer erfolglose Heilungsträume hatte, wird sich vielleicht weniger daran erinnern und weniger Motivation haben, an so einer Studie teilzunehmen. Deshalb lässt sich aus der Studie leider nichts darüber aussagen, wie effektiv das Ganze ist oder ob die Heilungsträume wirklich ursächlich zur Heilung beigetragen haben. Aber zumindest legt sie das nahe. Kommen wir zur letzten und wie ich finde interessantesten Studie. Denn hier haben wir tatsächlich ein experimentelles Studiendesign und auch ein paar Anhaltspunkte dazu, wie man Heilungsträume hervorbringt. Es ist eine Dissertation von Bhaskar Banerjee mit dem Titel Using Dreams to Elicit Inner Healing Resources – An Exploratory Study, die 2016 veröffentlicht wurde. In dieser Studie sollten 63 Personen mit unterschiedlichen chronischen Krankheiten zwei experimentelle Therapiephasen durchlaufen, die jeweils ein paar Wochen andauerten. In der ersten Phase wurden ihnen Traumähnung und eine Trauminkubation beigebracht, mit der sie Heilungsträume bekommen und diese dann auch gleich berichten sollten. In der zweiten Phase gab es stattdessen eine Klartrauminkubation sowie Reality Checks bei Traumzeichen. Hier sollten sie wieder Heilung bewirken und dann ihre Klarträume berichten. Vor den Phasen und danach füllten sie aus dem Fragebögen zu ihrem Gesundheitszustand aus. So konnte einerseits ein statistischer Vorher-Nachher-Vergleich berechnet werden, andererseits konnten die Traumberichte qualitativ, das heißt thematisch, ausgewertet werden. Die statistische Auswertung zeigte nun, dass es insgesamt eine Verbesserung des Gesundheitszustands und eine Verringerung des Schmerzlevels gab, vor allem wenn beide Phasen der Studie absolviert wurden. Den größten Anteil verbesserte Symptome erlebten dabei Personen mit muskulären oder Gelenkschmerzen, vor allem Rückenschmerzen. Einige berichteten auch von Verbesserungen z.B. bei Asthma, Bluthochdruck, Migräne, Hepatitis C oder chronischen Magen-Darm-Krankheiten. Bei all diesen und auch weiteren Krankheitsbildern gab es aber immer auch Personen, die trotz Heilungsträumen keine Besserung erlebten. Bei wenigen verschlechterte sich sogar der Zustand, insbesondere bei zwei Personen mit chronischem Nierenversagen. Insgesamt aber waren die Verbesserungen häufiger. Da es keine Kontrollgruppe gab, da die chronischen Krankheiten so vielfältig waren und da keine objektiven Laborwerte erhoben wurden, sind die Ergebnisse immer noch vorläufig und man kann nicht genau sagen, welchen Anteil die Heilungsträume an der Verbesserung hatten. Da manches auch durch Placebo oder durch die intensive Beschäftigung mit Heilung allgemein erklärt werden kann. Auch die Mechanismen der Heilung durch Heilungsträume bleiben weiterhin vage. Allerdings kann mithilfe der thematischen Traumanalyse durch Banerjee zumindest drei Grundmuster von Heilungsträumen unterschieden werden. Die erste Art der Heilungsträume, Erkenntnis über die Krankheit. Hier wurde entweder symbolisch oder durch Traumfiguren direkt auf eine sich entwickelnde neue Krankheit aufmerksam gemacht oder eine alternative Diagnose zu der bisherigen angeboten. Die zweite Art der Heilungsträume, Anweisungen. Hier bot meistens eine ärztliche oder heilende Traumfigur Empfehlungen an, zum Beispiel zur Ernährung, was ziemlich oft vorkam, oder teilweise auch zum Aufsuchen einer echten Arztpraxis im Wachleben. Dritte Art der Heilungsträume, direkte Heilungserlebnisse. Diese bestanden vor allem in körperlichen Erlebnissen, wie zum Beispiel Energie oder Vibrationen, aber auch in der Entfernung von etwas symbolisch Schädlichem aus dem Traumkörper oder dem Auflegen heilender Hände. Weiterhin wurde von heilsamer Verschmelzung mit der Natur, mit Musik, mit heilenden Worten oder mit Licht berichtet oder vom Umsetzen bestimmter Yoga-Posen im Traum. Man kann davon ausgehen, dass diese drei Arten von Heilungsträumen ganz unterschiedliche Wirkmechanismen haben. Empfehlungsträume wirken eher im Wachleben danach, wenn man sie umsetzt. Direkte Heilungserlebnisse könnten auch schon direkt im Schlaf wirken. Leider gab es auch in dieser Studie keine Follow-up-Befragung, einige Zeit nach dem Experiment, so dass es nicht klar ist, wie dauerhaft diese Heilungsträume wirkten oder wie gut die Personen ihre Inkubations- und Klartraumpraxis langfristig in ihren Alltag integrieren konnten. Denn wenn Heilungsträume mit einer alles verändernden dauerhaften Wirkung so selten sind, wie die Literatur es vermuten lässt, dann müssten die meisten eher eine regelmäßige Praxis daraus machen, damit ein Langzeiteffekt entsteht, sofern er für ihre Erkrankung überhaupt möglich ist. Sicherlich ist das nicht für alle etwas. Manche haben nicht die Zeit oder Muße dazu und deshalb denke ich auch nicht so optimistisch wie Labösch, dass alle das Klarträumen erlernen können, zumindest nicht in einem Umfang, dass man sinnvoll damit arbeiten bzw. sich heilen kann. Trotzdem kann es für manche eine Option sein und ich denke, es sollte immer auch nur eine zusätzliche Option neben anderen Behandlungsmethoden bleiben. Je mehr kombiniert wird, umso besser, würde ich meinen, vor allem dann, wenn die Methoden sich gut kombinieren lassen, wie zum Beispiel Selbsthypnose und Inkubation. Was die Studienlage aber auch zeigt, ist, dass es abgesehen von einigen chronischen Schmerzen weiterhin ungewiss ist, welche Erkrankungen wirklich durch Klarträume geheilt werden können, da es dazu nicht genug Forschung gibt. Es scheint so, dass die euphorischen Berichte von instantaner Heilung aller möglichen Krankheiten übertrieben sind und man aber dennoch mit guter Begründung selbst experimentieren kann, was alles möglich ist. Die Idee, dass Geist und Körper miteinander verflochten sind und sich gegenseitig zum Guten oder zum Schlechten beeinflussen können, fand unter den ProbandInnen viel Anklang. Dennoch besteht bei Personen, die dem Geist übernatürliche Fähigkeiten zuschreiben, auch eine Gefahr, lebenswichtige Behandlungen abzulehnen, nur weil diese zum Beispiel pharmakologisch sind. Von solchen Personen wurde auch in den beiden genannten Dissertationen berichtet. Diese bekamen vom Traum die Empfehlung, sich an einen echten Arzt zu wenden oder körperliches Training zu beginnen. Eine Person hat diese Empfehlung ignoriert und erfuhr später eine Verschlechterung ihrer Symptome. Eine andere erfolgte der Empfehlung und ihr Leiden wurde endlich besser. Selbst wenn Medikamente nicht das erste Mittel der Wahl sein sollten, sind sie doch manchmal unerlässlich. Und körperliche Betätigung als etwas Profanes zu verpönen, klingt für mich nicht so ganzheitlich, wie manche ihre Sicht vielleicht gerne nennen. Kommen wir zum Schluss noch zu der Frage, wie wir am besten vorgehen, um gezielt Heilungsträume zu erzeugen. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit, das mithilfe von Klarträumen oder inkubierten nicht klaren Träumen zu machen, wie in der Studie von Bananji. Auch wenn ihr den Weg der Klarträume geht, ist es empfehlenswert, gleichzeitig auch die Inkubation zu machen. Denn dadurch wird es wahrscheinlicher, dass ihr im Klartraum auch an das Ziel denkt und es umsetzen könnt, oder dass es sogar automatisch thematisiert wird. Angelehnt an Bananji empfehle ich zwei Technikelemente zu kombinieren. Erstens, die Beschäftigung mit dem Ziel am Tag, also mit Heilung, Heilung im Traum, Klarheit im Traum usw. Das kann darin bestehen, dass ihr Literatur und Medien dazu anschaut oder einfach nur an euer Ziel denkt und es euch vorstellt oder Tagebuch schreibt. Zumindest ein paar Mal kurz am Tag sollte zeitlich machbar sein. Ich würde vorschlagen, das Ganze auch mit kritischem Bewusstsein zu kombinieren, also mit der Frage, ob ihr gerade träumen könntet. Zusätzlich könnt ihr euch in solchen Momenten dann auch fragen, wie ihr euch gerade fühlt, welche Bedürfnisse ihr habt und diese dann auch so weit wie möglich erfüllen, euch etwas Gutes tun, Pausen machen und euren Alltag so nach und nach bewusster gestalten. Das zweite Element ist beim Einschlafen eine Suggestion, die das gewünschte Ziel beinhaltet. Das kann zum Beispiel sein, dass man sich sagt, ich träume von Heilung. Wie kann ich XYZ heilen? Wobei XYZ mit eurer Krankheit ausgefüllt wird. Oder ihr sagt, ich erkenne, dass ich träume. Im Traum erfahre ich eine Heilung meiner XYZ. Das heißt, ihr könnt hier auch schon durch die Wortwahl oder ob es eine Fragestellung ist, vorgeben, ob ihr eher eine Empfehlung bekommen wollt oder eine direkte Heilungserfahrung. Die zeitsparendste Methode dabei ist sicherlich, das Ganze zwei, drei Minuten lang beim Einschlafen zu machen. Noch effektiver dürfte es sein, wenn ihr es mitten in der Nacht vor der nächsten REM-Schlafphase macht, sofern ihr dann keine Probleme mit Schlafmangel bekommt. Bei Bedarf lässt sich das Ganze natürlich mit jeder weiteren Klartraumtechnik kombinieren, zum Beispiel bewusst einschlafen. Man kann aber auch entweder mitten am Tag oder vorm Einschlafen eine Selbsthypnose daraus machen. Hier weitet ihr die Suggestion also einfach aus. Ihr stellt euch nicht nur vor, dass ihr später im Traum eine Heilung erfahren werdet, sondern zusätzlich auch direkt jetzt in der Selbsthypnose schon. Ich werde euch dafür an einer anderen Stelle ein Hypnose-Audio machen. Und wie geht man im Klartraum weiter vor? Hier ist es wie gesagt wichtig, schon das Ziel, auch möglichst konkret mit zu inkubieren, damit es später im Klartraum nicht zu Ablenkungen oder Hindernissen kommt. Ihr könnt euch alles Mögliche vornehmen. Heilende Hände auflegen, eine weise heilende Person befragen, massiert werden oder euch selbst massieren, mit dem Traumkörper Bewegungen ausprobieren oder Verschmelzungen mit der Umgebung eingehen. Ihr könnt eine Frage in den Traum stellen und einfach warten, was symbolisch passiert, etwas essen oder euren Körper verändern. Was ich schon mit Erfolg im Klartraum gemacht habe, war eine progressive Muskelentspannung im Wasser, in einer ruhigen Umgebung. Oder in der Selbsthypnose habe ich mich mit einer heilsamen Flüssigkeit einreiben lassen. Ihr könnt auch einfach spontan und kreativ irgendwas machen und euch dabei auf das Gefühl und den Wunsch der Heilung konzentrieren und dann schauen, was passiert. Seid kreativ und auf Überraschungen gefasst. Es ist wichtig, diese Praxis dauerhaft zu etablieren und den Alltag stückweit daran anzupassen. Wenn für euch das Thema Gesundheit dringlich genug ist, werdet ihr schon genug Motivation aufbringen, euch vermehrt am Tag und vor dem Einschlafen zumindest ein paar Minuten damit zu beschäftigen. Vor allem, wenn es auch schon ohne die anvisierten Heilungsträume zu einem bewussteren und gesünderen Alltag und zu mehr Entspannung führt. Überlegt euch, wie ihr diese Praxis im Alltag realistisch einbauen könnt und probiert euch aus. Notiert, was schlecht und was gut funktioniert und passt eure Praxis daran an. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch meine Hypnose dazu anhören und daraus eine eigene Selbsthypnose für euch entwickeln. In der Beschreibung seht ihr die zitierten Studien und auch, wie ihr mich unterstützen könnt. Ich freue mich auch, wenn ihr meine Videos weiterempfehlt. Und schreibt mir gerne, entweder in die Kommentare oder privat per Mail an traumbewusstsein at gmail.com. Bis dahin, klare Träume.